Freunde, es ist wieder soweit. Mein Bro Odi und ich, wir spielen heute ein richtig cooles Bike-Obi, denn es gibt wieder neue Welten. Schaut mal hier drüben. Boah, so viel. Ich glaube, das geht jetzt bis 35. Und unser Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen. Odi, bist du bereit? Bereit, Brax hier. Bereit, wenn du bist. Sehr gut, Odi. Aber Odi, hast du schon gesehen, es gibt neue Motorräder? Ja, ich habe es gesehen. Guck mal hier. Ja, vielleicht hole ich mir am Ende noch eins, Odi, für 4.999 Robux. Das ist voll viel Geld. Ich weiß, aber lass uns erst mal anfangen. Na gut, Braxie, oh tschüss. Oh Mann, du bist richtig gemein. Warte mal. Ich habe gewonnen. Ich kann ein paar Sachen öffnen, glaube ich, oder? Ne, warte mal. Ich kann die nehmen, wie cool. Braxie, ich bin schon fast am Ende mit meinem Opel-Fahrrad. Na, und ich kann einmal drehen, das Drehrad. Ich brauche das gar nicht mehr drehen. Ich habe einen Opel-Fahrrad. Nein, ich bin runtergefallen. Wirklich? Ja. Wie viel Prozent hast du denn schon? 21, ich komme zurück zu dir. 21? Ja klar, ich bin doch kein Noob. Oh, du bist ja richtig schnell. Ich versuche mal auch so schnell wie du zu sein. Aua, was hast du mir getan? Ich habe gesehen, wie du runtergefallen bist. Oh, das Messer. Vorsicht. Oh Mann, Odi. Wie soll ich denn da in die Mitte gehen? Nein. Warte mal, ich gehe nach hinten. Na, wo bist du denn? Ähm, ich bin auszusehen weitergegangen. Ich komme zurück, Braxie. Musst du nicht, musst du nicht. Doch, ich komme zurück zu dir. Ich falle immer wieder runter. Das ist unmöglich. Wie hast du das denn geschafft, Odi? Ey, ich habe doch ein OP-Fahrrad. Nein. Ein Fahrrad ist auch cool. Außerdem habe ich ein Motorrad. Ich habe auch ein Motorrad. Skipp das gleich. Ich bin bei einem Prozent. Ich skipp das. Hä? Schaffst du das erste Level nicht? Odi, ich falle hier die ganze Zeit runter, Odi. Aua, das Messer hat mich erschlagen. Bist du beim Messer wieder? Ne, warte. Hier sind mehrere Messer, Braxie. Ich habe es geschafft. Tschüss, Odi. Und... Boah, ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Bin ja mega gut. Ich bin bei fünf Prozent. Das ist nicht lustig, Odi. Du hast ein OP-Fahrrad. Mann, Braxie, ich will die ganze Zeit zurückkommen. Aber wie viel Prozent hast du denn? 20? Ähm, 30. Immer noch. Oha, wie schnell bist du denn? Warte, ich komme zurück. Dein OP-Fahrrad ist echt gemein. Du musst den tauschen. Warum muss ich den tauschen? Du hast ercheatet, du kleiner Cheater. Habe ich gar nicht. Ich habe mir den... Ähm, guck mal. Warte. Ich falle immer wieder runter, Odi. Komm gerade zurück, du Blödmann. Das kannst du... Oh, du bist ein Cheater. Hallo, Odi. Tschüss, Odi. Okay, ich nehme ein anderes Fahrrad. Du solltest wirklich ein anderes Fahrrad nehmen. Das ist richtig gemein. Aber ich muss jetzt sterben. Jetzt muss ich warten, bis du bei mir bist. Ja, bin ich doch. Ja, aber wenn ich jetzt runtergehe, bin ich wieder bei Level 30. Die mal. Zeig mal. Warte, warte, warte. Nein, ich zeig nicht. Mann, Odi, wie soll man denn das Jump-Pet nehmen? Und so. Ja, ja. Ich habe es geschafft, Odi. Ja. Mann, wurdest du echt von dem Hammer geschlagen? Nein, ich habe den Hammer geschlagen. Mann, das ist... Brexit, du bist echt schlecht. Wirklich, ne? Du bist ehrlich schlecht. Und zack, und zack. Ja, du hast es endlich. Hast du jetzt ein anderes Fahrrad genommen? Nein, Mann, immer noch nicht. Du hörst mir gar nicht zu. Doch, du hast gesagt, du nimmst es, wenn du stirbst. Ja, aber ich kann hier noch nicht sterben, weil sonst bin ich nicht bei dir. Ah, stimmt. Du bist so ein Doofbar, Odi. Du bist ein richtiger Dulli, Odi. Warum bin ich der Dulli? Du bist der Dulli. Ich muss es dir tausendmal erklären. Und ich drehe jetzt mein Drehrad und bekomme ein OP-Fahrrad. Okay, Odi. Ah, ich habe eine Box bekommen. Ich habe eine neue Farbe bekommen, aber nur für zwei Minuten. Wie doof ist das denn? So, ich bin gleich bei 23%. Wo bist du denn? Ich bin schon weiter. Ach, klar. Weißt du, wie schnell ich bin? Ah, da bist du. Ich sehe dich. Guck mal. Ah, boom. Bist du runtergefallen? Du bist einfach viel zu schnell, Odi. Das ist wirklich gemein. Ja, okay. Dann falle ich jetzt runter, Mann. Ich darf mein OP-Fahrrad nicht benutzen. Ich bin gleich auch da. Noch vier Prozent. Willst du warten oder? Geh weiter. Ich hole dich ein mit deinem Billo-Fahrrad. Na gut, wenn du das sagst. Ah. Mann, ich kann es gar nicht schaffen. Warum nicht? Weil du schlecht bist. Ah. Warum bist du so gemein, Briggs, hier? Weil du ein Cheater-Fahrrad hast und denkst, du bist der Beste. Ich bin der Beste damit. Ja, mit dem Cheater-Fahrrad. Mit dem normalen Fahrrad der Beste. Guck. Zack und zack und zack. Und Level 31. Ich bin jetzt Level 27. Ich komme jetzt. Boom. Na gut. Ich warte nicht auf dich. Tschüss. Doch du wartest, Odi. Nö, ich fahre weiter einfach. Aua, das Messer hat mich getroffen. Diese Messer sind echt schwierig, oder? Diese Messer sind echt schwer. Oh. So. Und. Nein, zu früh gesprungen. Boom. Und zack. Und zack. Ich habe es geschafft. Oh, ich werde. Oh, die einholen, Leute. Na, okay. Vielleicht doch nicht. Ich bin jetzt bei 30. Nein. Ich bin bei 31. Wirklich? Ah, ich sehe dich. Oh nein. Das habe ich nicht gesehen. Nein. Oh, man muss da bremsen. Das ist voll schwer, das Level hier breaks hier. Das schaffe ich mit links. Und zack. Und zack. Und zack. Und geschafft. Ah, Odi, du hast mich geschubst. Hör auf mich zu schubsen, du Blödi. Du warst nicht mal in meiner Nähe, du Doofkopf. Ich war direkt bei dir. Machst du nicht. Doch, war ich wohl. Weißt du was? Nein. Tschüss, Odi. Man muss das langsam machen hier. Mann, nicht. Nur langsam sein ist blöd. Okay, man muss das doch langsam machen. Sag ich doch. Und zack. Und Level 34. Ich ziehe dich ab. Sogar mit meinem schlechten Fahrrad breaks hier. Machst du nicht. Ich bin jetzt auch hier. Schau. Und 35, äh, 36 sogar. Ich bin direkt hinter dir, du Blödi. Tschüss. Ich bin eine fette Kugel. Du bist eine fette Kugel, breaks hier. Nein, du bist eine fette Kugel. Ich bin weiter. Ich bin 38. Nein, runtergefallen. Soll ich auf dich warten? Nö, ich hole dich schon ein. Wenn nicht, dann hole ich mein OP-Fahrrad. Oh, das ist gemein, Odi. Wieso? Weil dein OP-Fahrrad einfach cheaten ist, Odi. Man cheatet nicht. Ich habe vielleicht auch gerade gecheatet, aber das ist was anderes. Guck, du bist ein Cheater, du Blödmann. Hä, du bist ja direkt hier bei mir wieder. Hallo. Hallo, Odi. Messer. Tschüss, Odi. Ich hole dich ein. Wenn du vor dem Ziel cheatest, das wäre richtig gemein, Odi. Jeder weiß, Odi ist der Beste im Bike, Odi. Nein, Brexi. Nein, Odi. Also, ich bin schon viel weiter als du. Ich bin bei 44, Odi. Warte, du doof Kopf. Ich warte. Oh. Ha, 42. Ja, 42. Ich bin schon bei 46. Mann, dein Motorrad ist auch schneller. Du cheatest. Ich cheat nicht? Wieso hast du kein Motorrad? Weil du mich eingeladen hast als Freund. Deswegen hast du es bekommen. So, jetzt nach links. Oh. Und ich bin bei gleich 47, Odi. Und 47. So, warte. Hier ist ein Labyrinth. Und... Nein, du bist hinter mir. Genau hinter dir. Und? Achtung... Oh, 49 schon, Odi. Ich bin so schnell. Runtergefallen. Nein, runtergefallen, Brex. Bist du hinter mir oder cheatest du gerade? Nö, ich bin immer noch hinter dir. Wirklich? Warum sehe ich dich da nicht hinter mir? Also, weiter hinter dir, du doof Kopf. Okay, wir haben schon mal die Hälfte geschafft, Leute. Und jetzt muss ich hier aufpassen. So. Oh, das war knapp. Wieso? Das ist unmöglich, Odi. Hier. Ich glaube, hier wirst du mich einholen. Die haben die Jump-Heads von Fortnite geklaut. So. Hier rüber. Nein. Oh, wegen dir bin ich runtergefallen. Wie soll das Level hier mit den Jump-Heads gehen? Das ist super einfach. Das ist todeschwer. Das nächste wird richtig schwer, Odi. Ich bin gespannt, wie du das schaffen willst. Ich habe ja noch meinen Cheat. Warte. Oh, ich bin dort. Nein. Ach, Mann. Ich war durch. Freunde, habt ihr das gerade gesehen? So. Warte. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Odi. Nein, ich hatte es fast. Bei Level, was bist du? 52%. Und du? 51%. Oh Mann. Okay, Leute. Ich glaube, es wird Zeit zu cheaten. Hahaha. Und oh, ich bin runtergefallen, Brax hier. Du bist runtergefallen? Äh, ja. Bei Level, was bist du nochmal? 52%. Und du? 52%. Ja. Ich habe dich gerade gesehen. Äh, wo bist du denn? Ich bin jetzt bei 53%. Ich bin bei 55%, du Blödi. Äh, ich auch. Ich bin jetzt bei 56% und 57%. Aber warum sehe ich dich nicht? Ich warte hier, weil ich über dir springe. Über deinen Korb. Bist du so schnell? Na klar. Ach dann. Guck mal, hier bin ich. Wow, dein Fahrrad kann ja richtig hoch springen. Haha. Komm schon, Brax hier. Du bist ein Cheater, Odi. Tschüss, Odi. Boah, du bist runtergefallen, du Blödi. Siehst du, du bist ein Blödmann. Wen nennst du Blödmann, du Blödmann? Oh, äh, dich. Na gut. Oh Mann, hier ist eine Falle. Hallo. Tschüss, Odi. Tschüss, Brax hier. Ich bin vor dir. Ja, weil du höher springen kannst. Kann ich gar nicht. Guck mal. Ich sehe dich. Skill. Guck mal. Bam, 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 bam. Haha. Oh Mann, das ist unmöglich hier drüben. Du bist so eine Pfeife. Hä? Hä? Du hast gescheatet? Hab ich nicht. Tschüss. Doch, hast du. Ey, Odi, dein Fahrrad ist viel zu gemein. Hab ich ein besseres Fahrrad? Warte mal. Na gut, ich nehm wieder das alte, Brax hier. Ne, nehm das ruhig. Ist mir egal. Ne, nehm das ruhig. Ne, ich hab wieder das alte genommen. Tschüss. Na, runtergefallen. Och Mann, ey, Mann. Das ist viel zu schwer. Komm schon, Brax. Ich hab das alte Fahrrad. Ja, aber du bist hier hinten schon? Ja. Komm. Wow. Oh, das hat mich direkt zu den Dingern takapultiert. Taua. Takapult. Wie heißt das? Katapultiert. Hab ich doch auch gesagt. Nein, du hast takapultiert gesagt. Keine Ahnung, was das heißen soll. Wie doch egal. Oh, oh. Die werden unsichtbar, die werden unsichtbar. Geschafft. Welches Level bist du? Ich bin bei 71 und du? Ach so, du bist ja schon voll weit. Ich bin bei 68 noch. Ich warte hier auf dich, wenn du willst. Ich dachte, du wärst... Nein. Oh, das ist voll schwer. Nein, schwer ist es... Okay, es ist doch schwer, Udi. So, springen. Dann hier rüber springen. Dann hier rüber. Und... Okay. Ich sehe schon das Ziel. Wie, du siehst das Ziel schon? Ja, ich bin bei 75. Ich dachte, du wartest auf mich, du Doofkopf. Ja, ich warte hier auf dich. Leute, lass doch Udi warten. Wo bist du? Aua. Da war eine rote Zone. Habst du das? Klar schaffe ich das. Kann ich was bei Daily ziehen? Hm. Ich weiß ja nicht. So, und zack. Ey, die verschwinden, die Böden. Wirklich? Ja, sag doch früher. Ach, die verschwinden. Boah, ich hab Double Jump bekommen. Okay, Brexi. Ich komm wieder mit meinem Cheatfahrrad. Okay, komm. Ich dreh jetzt zweimal. Eins. Ey, da war einer, der machte alles rückwärts. Kannst du eigentlich drehen? Äh, ich konnte vorhin drehen, aber jetzt nicht mehr, glaube ich. Ich bin da... Doch, du musst deine Daily Rewards nehmen. Hab ich. Und ich drehe nochmal. Und... Was hast du bekommen? Dreimal skippen und irgendwas richtig cooles. Double Jump. Ich hab dreimal skippen und... Tschüss, Brexi. Au, auch mal runtergefallen. Oh, ich hab einen Double Jump. Wie cool. Guck mal. Miau. Ich bin drüben. 78, Brexi. Komm schon, du Noob. Ich fahr jetzt bis nach Ende. Bereit. Ich schaff das hier nicht. Wie, du schaffst das hier nicht? Wo bist du denn? Und rüber. Da bist du. Du bist runtergefallen, stimmt's? Nein, du bist runtergefallen, stimmt's. Nö. Ich bin eh vor dir. Nein, bist du nicht. Ich bin jetzt gleich da, Udi. Und dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Denn ich hab Double Jump. Okay. Warum hast du Double Jump? Ich bin gedreht. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Na los. Double Jump. So macht man das. Double Jump. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bist du ein Affe geworden, oder was? Mann, ey. Komm schon, Brexi. Okay. Ohne Warten jetzt. Komm. Okay. Ohne Warten. Tschüss. Aber ohne dein Fahrrad. Tschüss. Oh, mit meinem Fahrrad. Tschüss. Ich mache das jetzt zu Ende. Oh, das ist echt schwer jetzt hier. Brexi, du musst dir einfach nur ein Cheat-Fahrrad kaufen. Dein Fahrrad war teuer. Das ist mega viel Geld, Odi. Na und? Dafür kannst du aber hier rüber springen und nach hier hin springen. Und ich bin schon bei 95, Brexi. Sehr gut, Odi. Sehr gut. Und ich bin bei 90. Warte. Oh, ich habe gewonnen. Hast du gewonnen, wirklich? Ich habe echt gewonnen, Brexi. Okay, ich bin gleich bei... Wow, wow. Ich bin bei 92. Ich bin gleich da, Odi. Warte, ich komme zurück, damit ich dich beobachten kann, wo du bist. Ähm, bist du schon hier? Nein. Und Double Jump. Hallo. Hallo und tschüss. Ich war schon ganz da hinten. Nö, warst du nicht. Du bist gerade bei mir. Pech. Selber schuld. Und tschüss. Ich bin immer noch vor dir. Ich habe schon gewonnen. Mann, mein Double Jump geht nicht mehr, oder? Nö, mein Double Jump geht nicht mehr. Und los geht's. Tschüss, Odi. Und da gefallen. Aber wenn ich runterfalle, bin ich jeweils 100%. Haha. Okay, Odi. Ich würde sagen, du hast gewonnen. Yay! Leute. Äh, Odi hat gewonnen. Ist nicht schlimm. Das nächste Mal kaufe ich mir ein Cheater-Fahrrad oder ein Motorrad. Äh, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und checkt auf jeden Fall Odi ab. Denn er hat ein Cheater-Fahrrad. Das müsst ihr unbedingt sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Prax, 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 prax. Prax, 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 Prax